Hallo liebe Studierende! Neben WebEx Meetings gibt es auch andere Tools, um per Video oder Telefonie zu kommunizieren. Eines ist zum Beispiel WebEx Teams. Dieses möchte ich dir in diesem Tutorial näher bringen, um dir den Umgang mit dem Programm zu erleichtern. WebEx Teams ist eine Anwendung für die kontinuierliche Zusammenarbeit im Team mit Videomeetings, Gruppennachrichten oder Dateifreigaben. Wie das Programm funktioniert und woher du es bekommst, zeige ich dir jetzt. Damit auch du WebEx Teams auf deinem Computer nutzen kannst, rufst du folgende URL auf und klickst auf Teams herunterladen. Nachdem du das Programm heruntergeladen und installiert hast, startest du es über das Startmenü. Teams startet nun und du wirst aufgefordert, deine Hochschul-E-Mail-Adresse einzugeben. Nun klickst du auf Weiter und die Anmeldemaske der FH Erfurt erscheint. Du wirst aufgefordert, deine Daten des Hochschul-Accounts, Benutzername und Passwort einzugeben und hast die Möglichkeit, deine Anmeldedaten zu speichern, damit du nach dem Anmelden deine Daten nicht erneut eingeben musst. Wenn du auf Anmelden klickst, wirst du bei WebEx Teams angemeldet. War die Anmeldung erfolgreich, kannst du direkt loslegen und deine Kontakte suchen. Dazu klickst du in das Feld Suchen und suchst nach dem Namen oder einer E-Mail-Adresse deines Kontaktes. Du hast nun drei Möglichkeiten, diesen zu kontaktieren. Per Chat, Anruf oder Videotelefonie. Dazu klickst du auf den jeweiligen Button. Ich möchte nun näher auf den Chat eingehen. Über den Punkt Nachrichten hast du die Möglichkeit, zum Beispiel Dateien oder Textnachrichten zu verschicken. Bereits verschickte Nachrichten werden in der Historie angezeigt und können so nochmals eingesehen werden. Klickst du auf Profil, kannst du dir die Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer anzeigen lassen. Du kannst auch den Kontakt zu deinen persönlichen Kontakten hinzufügen. Um dies zu tun, klickst du auf den Button Zu Kontakten hinzufügen. Wenn du nun auf Inhalt klickst, kannst du im Chat freigegebene Dateien einsehen und Whiteboards erstellen. Unter der Rubrik Links findest du die bereits im Chat geteilten Links. Somit hast du eine einfache Übersicht und musst nicht durch den Chat scrollen. Klickst du auf den Button Ansetzen, kannst du direkt Meetings erstellen, ohne zu WebEx Meetings wechseln zu müssen. Das waren die wichtigsten Funktionen im Chat. Aus diesem kannst du den Kontakt natürlich auch per Video oder Sprachanruf kontaktieren. Dazu klickst du auf den jeweiligen Button. Ich möchte dir nun noch die Buttons auf der linken Seite erläutern. Klickst du auf den Profil-Button, kannst du Einstellungen für deinen Account festlegen. Zum Beispiel deine Verfügbarkeit, deinen Status oder Einstellungen, die WebEx Teams betreffen. Über den Button Chat siehst du deine bisherigen Chats und Chat-Kontakte und kannst bisher getätigte Chats wieder aufgreifen. Klickst du auf den Teams-Button, siehst du deine zugeordneten Gruppen, denen du beigetreten bist. Klickst du auf den Button Kontakte, siehst du deine Kontakte oder kannst neue Kontakte hinzufügen. Über Anrufe kannst du deine Anrufliste einsehen oder neue Anrufe tätigen. Und nun zeige ich dir noch den Meeting-Button. Wenn du auf diesen klickst, befindest du dich in deinem persönlichen WebEx-Raum und kannst Meetings planen und starten. Dies waren die wichtigsten Funktionen im WebEx Teams. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, in diesem Programm einen besseren Einblick zu erlangen und wünsche dir viel Erfolg. Ich bin ein Problem. Vielen Dank.